In meiner Dialette man sagt Bobolo. Komm, Reto, komm hier! Bobolo? Bobolo! DJ Bobolo! Chefkoch! Patrick Pengondo! Was kochen wir heute für das Nationalgericht von Kamerun? Schau mal! Poisson brisé! Ich habe aber nicht gern Fisch. Fisch ist schon vorbereitet. Du hast ja zwei Herz in einer Brust. Eins schlägt für Kamerun eins für die Schweiz. Entscheidendste Frage natürlich Wie hoch wird die Schweiz gegen Kamerun gewinnen? Also, ich helfe dir deine Frage zu formulieren. Wie hoch wird Kamerun gewinnen gegen die Schweiz? Für mich ist es klar, dass Kamerun hat einen Vorteil. Wir haben mehr Power. Wieso? Wieso? Wegen Wurzeln! Wenn Fussball gespielt wird in Kamerun, also geschaut wird, dann ist das Leben still. Still. Alle Büros sind zu. Religion in Kamerun. Fussball ist Religion in Kamerun? Wir reformieren katholischen Fussball. So, wir sind fertig mit Marinar. Schön, ich habe viel gemacht. Ja, mega! Schön! Es tut mir immer leid, wenn es so erhitzt wird. Es ist ja lieber im Meer, als in diesem Ofen. Reto macht deinen Job. Fisch rein. Jetzt haben wir den Fisch gemacht. Der ist im Ofen. Was machen wir als nächstes? Reto, jetzt machen wir Plantin. Das sind Bananen. Plantin. Das machen wir in Kamerun. So. Wie gemacht? Schau mal. Aber langsam. Langsam? Okay. Ich habe es nicht so schön wie du. Aber du hast besser Messer. Ja. Reto, ich habe etwas für dich. Ich habe etwas für dich. Cola. Nein, was Cola? Was ist es? Das Bier von Kamerun. Bier von Kamerun? Ja. Und ist gut? Prost. Prost. Wie seid ihr in Kamerun? Sonti. Nur Sonti. Gibt es noch ein... Sonti. Sonti. Okay. Plantin. Jetzt müssen wir Plantin vorbereiten. Plantin? Ja. Hat man schon vorbereitet? Also. Ah. Und deine Stelle? Also ich schaue dir einmal zu, dann schiesse ich gerade das Gold ab. Achtung. Wow. Krass. Okay, warte, 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 warte. Ich mache es auch so. Aufseite Reto. Ich bin da. Ja, genau so wie die Schweizer Nationalmannschaft gegen Kamerun. Nein, die Schweizer Nationalmannschaft. Macht Freistoß, geht zuerst dahin und... Ja, genau. Goal! Wir gewinnen. Und wenn wir gewinnen, leistest du die Blumenschürzen an den ganzen Tag? Nein. Sowieso, ich habe keine Angst. Kann man gewinnen, dann ja. Viel. Ja. Also, hör mal. Ich nehme sie mal raus. Nicht, dass die noch ganz... Reto, sie sind schon bereit. Achso, sie sind fertig? Ja, ja, ja. Ah, Reto, sie sieht gut aus. Siehst du, wie es ist? Ohhhh. Ist bereit? Hey Reto, danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Danke. Gut, wie essen wir den Fisch? Moment. Reto. Das ist für dich. Ja. Ist hier nicht noch ein bisschen Knochen? Nichts passiert. Weil ich bin ja... Prominent. Nicht, dass ich sterbe am Fisch. Nichts passiert. Das ist eine schlechte Schlagzeile. Das ist eine schöne Frage. Ich sterbe am Fischkraut. Naja, von Kamerun. Eigentlich... Kamerun will Essen mit Fingern. Oh! Schau einfach, dass du nicht ganz tief gehst. Du hast zu viel genommen, Reto. Ja gut, das ist Alltag wie mir. Es ist immer alles auch nicht zu viel. Genau. Ein Traum! Guter Job, Reto. Ja, ja. Ja. Zeig mir schnell. Hopschwitz auf Kamerunisch. Bitte. Allee la Suisse. Winchel Kamerun. Ja, wir gewinnen. Danke, dass du das hattest. Ja. DasRobot아n. тぁ. Ja, das vorne.